Jo, und damit einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Let's Play... Ich wollte gerade schon was ich wollte sagen. Arc Ultra Arena, mit sie dir zusammen. Hallo. Hey. So, ey, wo wollen wir uns sparen eigentlich? Äh, wenn Loading Mods vorbei ist. Ah, Alter, ich bin schon drinne. Wir sparen Noten 2, okay? Okay. Fuck, ich muss noch Preset machen. Ich glaube, am Anfang ist es gar nicht so wichtig, oder? Wo wir es kommen. Ja, eigentlich nicht, aber vielleicht trifft man sich schon und kann sich schon einladen oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jo, alles klar, Leute. Ich habe jetzt wirklich seit einem Monat nicht mehr gespielt, oder so. Ich... Am besten, ich quatsche erstmal nicht ganz so viel. Du wirst jetzt nicht sterben. Und guck mal da hinten. Da hinten, da sieht man schon die Bubbel vom André. Da hat er sein Revier markiert, der Typ. So, was es mit der Arena und so auf sich hat, das werdet ihr dann alles im Finale sehen. So, Moment, ich muss jetzt mal... Wie gesagt, ich habe ewig nicht mehr gezockt. So, so, so. So. Da ist ein Dailo. Moment, äh, damage, damage, damage. Okay, das sind die ersten Leute auf dem Surfer auf jeden Fall. Ja. Okay, das geht. So, wir machen da hinten... Wir machen es mal zum Eisgebiet. Ich weiß jetzt nicht, das sehe ich. Zumindest ein Biegen gerade. Puh, so. Hier werden wir uns hoffentlich dann in 90 Minuten wiedersehen. Äh, und dann geht's los mit dem Finale. Ich bin gespannt, was das heute wird. Ich habe übrigens den Celestial Yudi etwas genervt. Also, wenn man dann die Folge gesehen hat, das Finale, wird man wissen, warum ich das gemacht habe. Der ist nämlich unten. Der ist unten. Ich sehe hier wieder blauen Beacon. Da gehe ich gerade hin. Jo, ich bin an den Lilan dran. Oh, da ist gerade... Ich habe gerade Crapplinghook gehört. Und weg. Und weg, und weg, und weg, und weg, und weg. Jetzt habe ich eine Waffe. Das ist gut. Ich habe auch ganz viel Zeug. Ich habe einen Compoundbow. Ich habe eine Longleg. Also, Tame können wir schon mal easy. Ähm... Nya, 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 nya. Alpharaptor ist alles super. Oh, Hose. Ich habe eine Saut-Rifle mit 670 Prozent, Alter. Oh, hier ist noch ein Celestial. Welches Level? 143. Das ist ziemlich hoch. Die gehen so ungefähr bis Level 200 ungefähr. Ich brauche was zum Betäuben. Äh, ich meine, zum Tame. Ja, aber du kannst die... Du hast das Kippel... Das heißt, du musst erst mal Celestial-Viecher oder Dämonen-Viecher töten. Ja. Und du brauchst auch den Sattel dafür. Oder woanders musst du halt auch denken. Und den findest du auch. In den Biegens kannst du aber auch craften. Wobei in den Biegens kannst du die mit guter Quali bekommen. Okay. So nebenbei. So gut. Da unten der Blaue. Ab geht's. Ich muss legen. Fallschaden aufpassen. Das war aber gut gewesen. Back hier. Ich glaube, da war nur Rüstung und so drin. Der dauert nur ewig. Wir machen mal da hochleben. Zieh. So, lass uns kommen hier rein, Alter. Wenn der Drachen mich jetzt nicht killt. Scheiße. Wieso hat der so viel Leben? Ah, alles soll mit Drachen hier. Ist der der da dran? Der ist fast tot. Bist fast tot? Ne, ne. Hier ein Tier, was ich können will. Okay. So, wir gehen. Uh, ein Gelber. Okay, es hat passt. Habe ich das Leben dafür? Äh, das Level für den Gelben? 62, reicht das? Ne, ne. Ich glaube, man muss höher sein für den Gelben, oder? Reicht 55? Oder 65? Äh, 45. Für den Gelben, ja? Okay, dann nehme ich den mit. Wo ist der? Ich, ich, äh, Eisgebiet. Auf so einem ganz kleinen Eissscholle. 80 Minuten nach. Ich habe Element gefunden. Äh, hier sind nur Kristalle. Die kann ich gleich mitnehmen für die Kristallkugel. Ja, Perlen braucht man nicht. Eigentlich reichen 65. Uh. Ich habe einen Tech-Helm gefunden. Das ist nice. Aber einen, der kaputt geht wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Okay, Leute, wir machen erstmal hier rüber, damit ich erstmal meine Ruhe habe. Wobei, in einer Minute, die Leute wissen ungefähr. Ich muss das mit einbeziehen, ne? Dass die Leute vom Stream in einer Minute wissen, wo ich bin. Ja, genau. So, warte mal. Ja, die gelben Handschuhe gehen nicht kaputt gehen. Die behalte ich an. Ich habe Tech-Handschuhe. Äh, ne, braucht man nicht. Wir brauchen Tech-Boots. Das wäre nice. Ist das nice. Cool, cool. Binding. Okay, wir müssen auf jeden Fall ein paar Eternal Feature killen für Element. Ich habe auch dann, äh, ich habe auch eine Assault-Rifle, dann würde ich mit 570%. Oh, nice. Und ich habe eine Infernal Potion CD, also wenn wir einen guten Rack sehen oder so. Mhm. Können wir den mitnehmen. Uh, ich höre das Ballern. Okay, so, ich gehe erstmal nur ein, zwei, ein, zwei, biegen sie. Ich brauche jetzt noch, ähm. Wo sind das? Jetzt brauche ich ihn noch. Also theoretisch könnte ich auch versuchen, Celestial Feature jetzt schon zu quillen, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe so viel Mooney für die Assault-Rifle. Da ist, ist das ganze Rüstungszeug drin. Das würde der Besinn machen. Und Rack Potion. Ich kann nur einfach schnell. Ja, ja, doch. Ich gehe jetzt auf Dinos. Ich kill's Dinos, Leute. Glaube ich. Bessere Idee. Was ist denn das für ein Tier? Hier ist so ein Rex mit, äh, der schwarz ist und mit so einem roten, äh, Umrundung. Ich weiß nicht, was das heißt. Bestimmt irgendein Prime-Vie oder so. Ich kann den Namen nicht sehen. Beemoth. Level 30 Celestial, den kille ich, der geht schnell. Wie gesagt, die droppen Rüstung und alles. Prime Rex, hm. Ich brauche so schnell wie möglich dann Heiltränke eigentlich. Ich könnte noch welche craften. Alter, wie viel hält denn der aus? Eigentlich müsste der schon tot sein. Oh, hier ist ein Prime Rex. Wo ist denn der Alu jetzt hin? Da hinten. Ja, der Prime Rex, der nervt jetzt ein bisschen natürlich. Ist wohl nicht fast gestorben. Geht hier nicht down, hm? Okay, ne, Leute. Ich werde jetzt gerade von, von Prime Rex und dem Alu verfolgt. Ich verpiss mich erst mal. Ach, stimmt. Ich kann ja jetzt, ich habe Element, Leute. Ich kann ja jetzt den Anzug hier benutzen. Jo. Nice. Richtig cool. Okay, 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 okay. Wir machen mal rüber zum Fluss irgendwie, würde ich sagen. Und dann können wir halt irgendwie Spinos oder so. Da, 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 zieh deinen Helm an, Beam. Moment, gute Idee. Nice. Guter Tipp gewesen. Da vorne kommt ein Lila, ne? Also hier gibt es auch zuletzt die Spinos. Nein. Da ist einer da vorne. Ist er tot? Ja. Scheiße. Ja, ich muss irgendwie an Heiltränke rankommen eigentlich. Ich glaube, ich farm gleich mal B an. Ich nehme jetzt den Biegen mit, aber kann halt auch sein, dass hier Leute sind. Okay. 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 Ich glaube, da war ein Heiltränke drin. Okay, ich werde ihn jetzt nicht looten. Ich mach weg. Ich habe einen Promi gekillt zu dir. Promi? Ja. Scheiß Promis. Braucht keiner. Okay, ich versuche mir mein Zeug nochmal zu holen. Mal gucken. Ich bin wieder voll. Nice. Ich habe volles Leben. Cool, cool. So, gut, Leute. Okay, wir gucken jetzt mal erstmal, was ich versattelte habe. Habe ich irgendwie Telestiel-Sattel oder dabei? Weil ansonsten müsste ich trotzdem weiter... Ich habe einen Alu-Saurus-Telestiel-Sattel mit 800 Rüstung. Okay. Daraus könnte man eigentlich was machen. Daraus könnte man eigentlich was machen. Okay. Welches Level ist der? Wobei, jetzt kommen da vielleicht auch schon wieder Leute. 300.000 Leben hat er. Level 30 ist eigentlich nicht so. Habe ich jetzt irgendeine bessere Waffe noch? Äh... Long-Neck Assault-Rafel... Habe ich leider nicht. Okay, scheiß drauf. Ich gehe jetzt auf den... Aber ich würde wenigstens ein bisschen weiter oben gerne sein. Moment. Starte mal. So. Guck mal. Wir können jetzt in... Das Tarno-Tausend ist schon echt viel Leben, ne? Für uns Telestiel. Wie viel Schaden machen wir? Das muss ein 30 Mal treffen. Ich werde erstmal diese Anhöhe gewinnen. Okay. Habe mein Zeug auf jeden Fall wieder. Jetzt halt. Ich hätte den Affen vielleicht kühlen sollen. Da war ja ein Affe gewesen. Die Mondviecher halten immer deutlich weniger aus. Ich muss gleich down sein. Muss mal treffen. Okay, jetzt down. So, aufpassen wegen Fallschaden. Und aufpassen, weil es jetzt hier keine Spieler kommen. Ist nicht unwahrscheinlich. Ah, ich habe ja Tech-Boots an. Habe ich Tech-Boots an? Ach stimmt, hat ja am Anfang Tech-Boots an. Jo, hatte ich also eingestellt vor einem Monat. Geil. Hast du ein Element? Ja. Habe ich. Cool. So, ich muss wegmachen. Ich muss mich verziehen. Wobei, ich bleibe erstmal hier. Ihr findet mich. Ja, ne, ich verziehe mich. Ich fliege weg. Ich habe auf jeden Fall zwei gute Rüstungsteile. Ich habe, glaube ich, kein Kibble gefunden. Wir müssen höhere gewinnen. Nochmal. Übrigens, Leute, die auch. Nein. So, Andrew, du kannst auch nochmal von Sidia den Twitch-Channel reinposten. Okay. So, ich glaube, die kann nicht kaputt gehen hier. Nee, die kann nicht kaputt gehen. Zieh mal an. Ist besser. Auch wenn es weniger Rüstung hat. Den zieh mal auch an auf jeden Fall. Dann würde ich gerne den Tor so austauschen. Moment, habe ich Kibble? Nee, Kibble. Warte mal. Das ist eine Seele getraubt, aber ich brauche ja das Kibble. Hm. Ein Kibble ist nicht getraubt, nee. Ist das der Helm? Warte mal. Was ist denn jetzt anders getraubt? Moment, ich muss mal gucken. Dämonisch. Hab ich noch was? Ah ja, stimmt. Ich habe einen dämonischen Tor so noch bekommen. Alles klar. Okay. Okay. Ganz schnell anziehen. Moment. Falschhanden kann ich ja nicht mehr kriegen. So. 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 Okay, jetzt fühle ich mich schon mal deutlich besser, Leute. Ich muss noch ein, zwei Beacons mitnehmen. Allein wegen Sattel. Das ist in der Hoffnung, dass wir irgendwie noch einen Sattel finden. Vielleicht für einen guten Celestial Dino. Oder meinetwegen auch für einen T-Rex oder so. Ich weiß es nicht. Also für einen Prime Rex. Müssen wir mal gucken. So. Wir machen mal da hinten hin. Makano Island. Und währenddessen muss ich aber auch mal ein bisschen die Augen offen halten wegen irgendwelchen Alpha Dinos und so, die ich mal killen könnte. Weil dann kriegen wir, oder Elementviecher besser gesagt, weil dann kriegen wir auch noch mal Zeug. Was haben wir denn hier? Ja, so irgendwelche Alpha Viecher. Wobei wir da auch einfach mal reinschroten könnten. Vielleicht troppen die ja auch Wreck Potion. Ich bin mir gerade unsicher. Oder? Muni können die troppen. Nee, ich lasse es, Leute. Ich, nee, nee, nee. Ich glaube, Kano Island. Das ist gar nicht Kano Island, oder? Nee, ich mach nicht so Kano Island. So, Moment. Wir machen. Wir gehen hier rüber. Okay, also ich nehme nur zwei, drei Biegens mit, dann gehe ich weiter auf Dinos. Machen wir es so. Boah, neben mir. Okay, das war ein normaler Judy. Ich hatte gerade Angst, dass das ein Celestial ist. Ich habe einen Tegel. Wie läuft es bei dir? Ja, ganz gut. Ganz gut. Ich könnte ein Element gebrauchen. Dann müssen wir uns treffen, ich bin gerade Schneegebiet. Ich habe so, weiß ich nicht, bestimmt nur 40, 50 Element da. Schätze ich. Oh, komm. Ich kann hier einfach hochreinstellen. Ich habe gute Teg-Boots gefunden, mit 2500 Arme. Oh, eins. Wobei, da müssen wir echt auf die, äh, auf die Roboter-Dinos gehen. Weil, wie gesagt, da droppt das Tox-Tag-Set, was nicht kaputt geht. Wie, du brauchst Prime-Meat. Stimmt. Stimmt. Da war da, war da ein Agantabes gewesen? Hm, ich muss nur irgendwas killen, äh, was, was Prime-Meat bringt zu dir. Ein Pronto wäre gut. Ohne Pronto killen einfach. Das ist ein Drache. Mal weg. Ah, da kommt er strunde. Ach man, ich prall nie ab. Das nervt das wahrscheinlich wegen den Schuhmgraden. So, okay, Leute. Der ist unten. Da wurde gerade einer hinten geludet. Okay, wir gehen mal auf den da. Kein Eis, endlich Element. GZ. So, und ich muss irgendwie am Prime-Meat kommen. In 70 Minuten. Ich hab ne Apex Reaper-Armor. Oh. Finde mal so ein Reaper-Tame. Also Reaper kann man, äh, also gut, dafür brauchen wir aber noch das Essen dafür. Äh, aber du brauchst für den Reaper nicht mehr einen Sattel. Du kannst ihn trotzdem halten. Okay. Also mit Sattel ist es noch noch besser. Kann halt trotzdem sein, dass die noch zu schnell sterben aktuell mit den Einschränkungen. Aber, ich mach den Reaper. Wir können es ausprobieren. Ich bin gleich bei einem grünen Beacon. Oh ne. Ich glaub's nicht, ey. Ich dachte, okay, ist doch mal... Nein, 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 nein. Tee, tee. Oh, hier ist mein... Da ist gerade irgendwas Celestia-mäßig auf mich zugerannt. Habt ihr's gesehen? Aber, ich weiß, er war ein Spieler gewesen gerade. Und ich hab auf die Dinos geschossen, weil ich dachte, ah, küsse die mal schnell, mach noch ein paar XP-Punkte. War die falsche Entscheidung gewesen. Hm. Oh Mann, wie ich halt ständig hier hängen bleibe. Okay, wir nehmen den da hinten mit. Aber so langsam sind die anderen Leute auch gequippt. Ich soll wahrscheinlich nicht auf Dinos gehen. Nur weil es tame einfach ein... ...ein Celestia-Alosaurus. Ist ja auch nicht uninteressant. Ich hab'n Recksattel gefunden. Amor? Ja, 139. Ich glaube, das ist ganz gut. Unten da ist Soundweifel, glaub ich, jetzt auch. Wie gesagt. Ich hab' ne Pistole gefunden. Okay. Bloß gut, dass ich so gute Rüstung anhabe, ey. Aber ich hatte ihn auch ein-, zweimal erwischt auf jeden Fall. Okay, wir machen einfach weiter. Das Gute ist mit der Pistole, damit kann man halt auch schön Dinos geben. Wie viel Quali hat die? 711 Prozent. Das ist richtig stark. Was denn? Was ist passiert? Was denn los? Ich bin verschwunden. Oh, nö. Nee, jetzt im Ernst, oder? Ja. Ich bin, ich hab' mich rangezogen an den Vulkan. Hä? Okay. Und dann bin ich oben drüber geflogen. Und dann bin ich, glaub ich, durch die Border geflogen. Ja, da musst du aufpassen. Das kann passieren. Oh, voll. Also, das ist nicht immer so, aber das ist mir beim Testen einmal passiert. Oh, nee. Das ist in der letzten Staffel auch zwei-, dreimal passiert. Ja, da muss man aufpassen. Einfach nicht zu hoch machen. Ah. Scheiße. Ah. Scheiße, Mann. Das sind schon zwei Spieler. Na gut, das kann ich vergessen. Okay, meine Tech-Boots sind kaputt. Das ist schlecht. Aber ich habe ja noch die besseren Tech-Boots. Alles gut. Ja. Das hat mir jetzt gemacht. Hat er mich getroffen? Oder hat er mich irgendwie gehauen? Oder so, Mili? Ja, die gehen jetzt bestimmt nach dem Blauen da vorne. Ja, ansonsten müssen wir uns dann schnell mal treffen für dir. Ja, ich muss mich neu equipen. Ich komme jetzt bestimmt gleich. Ja, das sind bestimmt die zwei, die verpissen mich, Leute. Ja, das ist smart. Ja. 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 Ey. Ja. Ja. Ne. Ja. Ja. Da biegen ist schon weg, oder? Ne. Das noch da. Wir muss probieren. Ja. Ich werde ruhig … oh nein. Ja. Wirklich weg, bevor der Drache mich angreift, oder so. Nein Aber egal, ich hab Heiltränke, alles gut, Leute Komm mal schnell Komm mal schnell Okay, weiter weg, bitte So, nee, Leute, ich kill jetzt Dinos Ich überlege jetzt noch gerade, ob ich jetzt zum Fluss mache Und auf Spinos und so weiter gehe Wo bist denn du gerade, seht ihr? Ich bin schon wieder tot, verdammt Okay, ich nehme jetzt unten den grünen Biegen mit Und dann suchen wir den Fluss ab und können da alles, was man in Dinos finden Oh, das ist doch nicht euer Ernst Oh, shit Jetzt hab ich mich übernehmen gemeint Näh, vorn ist er Das kann ich vergessen, Leute, den treff ich nie im Läden Oh, jetzt hab ich keinen Loot Ja, läuft gerade nicht so gut, ne Nicht wirklich, nein Okay, ich versuche den Affen zu killen Bleib mal hier Und ich sollte dann das Ding gleich Oh, ich hoffe, der kommt hier nicht hoch Ich fahre runter Störb bitte Ey, das gibt's doch nicht Okay, ist dauernd schnell Was trinken Und verschwinden Okay, ich hab hier zwei gute Rüstungsteile Sehr gut Damit kann man erstmal ein bisserl arbeiten Und zwar, ich brauch jetzt trotzdem Element langsamer, ey Das ist halt krass, ich sehe halt hier kaum um welche Elementviecher her Also, ich glaube, die Flugsaurier-Element bringen alle nix Das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn So, Moment Und bei allen Dingen sind besser, weil, wie gesagt, hier nicht kaputt dann die Handschuhe Hab ich nur irgendwas Sinnvolles gefunden ansonsten Nicht wirklich, ne? Einen Kippe hab ich, glaube ich, auch noch nicht Ne, oder? Ich könnte wirklich einen Reaper-King-Tame, sie dir Ich hab Reaper-King-Pheromone Und ich hab da vorhin gesagt, dass ich einen Sattel habe, oder? Dachte ich Oh nein, den hab ich ja verloren Ich könnte trotzdem einen Tame Würde mega Sinn machen Mache ich jetzt Ich versuche jetzt einen Reaper zu Tame Hm, der ist, glaube ich, gleich unten Okay, wir gehen jetzt auf den Dafür könnte man bei Kölner Ich hab nicht mehr so viel Mummi Schnell Ah, der Drache ist auch nicht so geil Fuck Okay, ich sterbe jetzt, glaube ich Also mein, mein Teiltank Aha So, wie komm ich jetzt weg? Crablinhawk, komm, go, go, go Aber nicht nach unten Ich muss nach unten machen Nein Yo, hier rüber Was, der ist immer noch da Okay Okay, jetzt müsste ich eigentlich weg sein, hoffe ich Ich mach jetzt direkt zum nächsten Drachen Nice Okay, 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 okay Ganz ruhig bleiben So, wir ranziehen Du lässt mich jetzt, ah, bitte in Ruhe, Alter Das die Leute sehen So, gut Habe ich in der Chest irgendwie noch Ne Das heißt, ich kann nicht mehr nochmal fliegen Fuck Okay, ganz ruhig Hm Auf jeden Fall habe ich einen Sword Rifle gefunden Das ist super 170 Schuss ist auch super So, ich nehme noch einen Rack Potion Moment, ich mache es mal hier Leben, leben, leben Machen wir jetzt so viel Leben, wie geht, Leute Ja Okay, Rack Potion So, und ich muss jetzt irgendwie an den Torso rankommen Solange kann ich nämlich nicht fliegen Und wenn man nicht fliegen kann, ist es ziemlich kacke Wie wäre es mit Bolas für die Beacons beamen? Ist eigentlich auch keine schlechte Idee Auf jeden Fall So, der Beacon wurde auch gedoodelt Verdammt Ah, ehrlich jetzt Okay, weiter anziehen Boah, ich brauche unbedingt Trüstung Ich brauche Element Und ich brauche ein Torso Ey, das ist so scheiße ohne Flügel Ich sag's dir, Alter Das ist schrecklich Ohne Flügel? Ja, ne, mein Torso ist im Arsch Achso, machst du dir doch einen aus Stoff Die Idee ist gar nicht so scheiße Ja, das Recht die Idee, mach ich mir Guck mal, es macht echt Sinn, wenn wir dabei sein Okay Aber es geht So, ist gut Ein Ringen Ja, wie heißt das Ding? Kleidung, was, ne? Ja Okay, Leute Ich bin wieder im Geschäft Ab geht's jetzt hier Hammer Guck mal Guck mal hier Den, den, den Der könnte Element trocken Moment Schnipp Bitte Hab Element dabei Nein Nein, hat er leider nicht Ist hier irgendwie noch ein Moment Ich guck mal Hat er irgendwie einen Sack hinterlassen Leider auch nicht Okay, das ist schade Wollen wir weiter Ich versuche den mitzunehmen Das Problem ist natürlich, wenn die jetzt einen Tech-Helm aufhaben, dann sehen die mich trotzdem, das ist mir schon klar, Leute Ich kann mal irgendwie gesagt gerade nicht aktivieren Vielleicht soll man ja Glück mitkriegen, denn Das Problem ist, gleich wissen die Leute ja, dass ich hier bin, meine Scheiße Okay, er sitzt gleich unten Oh, da brennt echt ein Spieler lang Einfach schnell machen Komm Komm, 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 komm Und weg Geht nicht Geht nicht Komm, ich brauche unbedingt ne Hose Oh, Alter Und hier ranziehen Oh, nee Alter Schwede Da war auf jeden Fall noch ein Spieler gewesen gerade Da war dann ne Chest dabei zufällig Leider nicht, so wie es aussieht Ach, das gibt's doch nicht Aber ich hab Element, oder? Ne, Element hab ich auch nicht Oh, Mann Doch hier hast ne Chest, was laber ich? Ich hab eine Shit Ja Okay, sieh, wir müssen uns dann jetzt irgendwie gleich mal treffen Ich versuche jetzt noch Zeug zusammen zu sammeln und dann treffen wir uns dann halt einfach mal oder so, weißt du? Also einer von uns muss irgendwie Kram an zusammen bekommen und dann können wir uns treffen, so müssen wir das irgendwie machen Das, äh, so auseinander sind es halt scheiße, aber ich mein gut, wir haben, bisher sind wir halt immer gleich gerippt dann So, Lüge drauf Wieder perfekt Hm, passiert So, theoretisch könnte ich halt auch versuchen auf T-Rex zu gehen, ey Wie gesagt, ich hab einen Tech-Sattel mit 400 Rüstung Compombo, nein, haben wir nicht Longneck, haben wir leider auch nicht Wie gesagt, ich könnte es mir selber craften Dürfte eigentlich nicht allzu viel Leben haben Hoffe ich Ah, ich mach den Knockback, stimmt Zeig dir nicht Er hält doch mehr aus als erwartet, muss ich eigentlich zugeben Ist da Bitte, hab jetzt Element dabei Yes Ich hab Element zu dir Nice Ich weiß gerade nicht, worüber ich mich mehr freue Das Element gefunden hab oder dass die Einstellung, dass die Element trocken sollten Dass die funktioniert Ich hab Element, Leute Achtung Können eskalieren So, Ding ist aber, ich hab nur 16 Element Aber ich könnte jetzt einen Reaver Tame noch Das könnte ich jetzt noch probieren, wenn ich, äh, das Lootzeug dafür bekomme Also nicht Lootzeug, sondern das, äh, Zeug zum Tame und so weiter Boah, das gibt's doch nicht Schon wieder down Nee, mein scheiß Scrappling Hook funktioniert nicht Ist doch nicht wahr Hab ich auch schon mal Hat das zweimal hintereinander nicht funktioniert Ich hab's reingepackt und wieder raus und wieder nicht funktioniert Ja, hab ich auch schon mal Wo ist denn der? Okay, ich seh ihn schon Und Helm aktivieren Wie viele Lemons hab ich noch? 12 Ah, der Boost kostet so viel, ey André, warum hast du den? Ah ne, scheiße, ich kann's ja selber einstellen Kannst auch tausend draus machen Ja Was kommt jetzt? Insertain mich immerhin Okay, das ist gut So, ich guck jetzt nochmal, Reaver Ja Ich hab sogar einen Reaver Sattel jetzt Ja, ich geh jetzt auf Reaver Ich muss halt nur fast den Bogen jetzt einfach selber craften Scheiß drauf, mach ich jetzt auch Was soll's Also, Bogen hab ich schon Ab geht's Machen wir gleich mal zwei Stück Dann Pfeile Äh, die Eternal Poison Arrows wollen wir machen Ist gar nicht so schlecht, Leute Ich mein Ja, 130 reichen Und jetzt brauchen wir Ne, ich brauch keinen in der Codex Ich brauch gar nichts mehr Einfach los craften Das reicht Okay Und jetzt machen wir Hier Und jetzt brauchen wir Ausrüstung So, gut, Leute Dann versuchen wir's mal Das wird jetzt Ein bisschen wird sehr interessant Jetzt mit irgendwie zehn Elementen und alles Jetzt eine Reaper Queen zu tamen Aber wir probieren's Okay, ab geht's Okay, schauen wir, ob der schon unten ist Okay, warte mal einen Moment Den Raptor könnte man probieren Habt ihr nicht gesehen? Das ist krass, wie viel die aushalten Teilweise Warum nicht gleich so Okay, primiert leider nur Na gut, es schaut Es funktioniert wirklich nicht immer Ist okay Ich fliege jetzt hier den Strand ab Ich hoffe, dass wir's finden Aber mit Tech-Helm Sollte das eigentlich relativ gut gehen Also ich müsste die eigentlich relativ gut sehen So was wir wie bei Queens Ja, na, 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 na Ja, weißt du, noch vorhin, wo wir gestartet sind Da ist, äh Äh, da wurde ich instant von zwei Rebarn angegriffen Mhm Man kann sehen, wie lange ich jetzt brauche Eine zu finden Wenn ich wirklich eine suche Ist da unten? Ja Okay, jetzt versuchen Ich sehe ihn nicht mehr Shit Okay, wie viele Elemente habe ich noch? 11, okay, alles gut So, einfach weiter im Strand Ah, da vorne, da vorne, da vorne Ich hab sie gesehen, Leute Ich hab sie gesehen So, wie machen wir die jetzt am blödesten? Drüber rüberfliegen und einfach betäuben, oder? Ja Okay Bogen wechseln Wow Kommt die hier hoch? Wow Ja, kommt sie Okay Pfeile Zweie Hier sind Zweie Warum sind hier Zweie? Ja Abwech Abwech Rüber Queen Rüber King Okay Okay Untertitelung des ZDF, 2020